Hallo und herzlich willkommen beim Bremen Podcast. Ich bin Renate, eure Moderatorin und ich bin nicht die einzige Moderatorin. Unser Co-Host und Moderator Olaf ist auch hier am Start. Hallo. Es ist das klassische Intro. Wir beide bereiten uns mental darauf vor, die nächsten Minuten zu hören von dem Gespräch, das du zum anderen Zeitpunkt geführt hast. Und dann reden wir immer darüber, was wir so gemacht haben. Was haben wir denn so gemacht in diesem schönen Herbst? Was hast du gemacht, Olaf? Oh, ich habe viel gemacht. Ich musste im November ein bisschen abarbeiten. Also womit soll ich anfangen? Ich war in Bremerhaven. Ich war in zwei Konzerten und ich war einmal im Theater. Was hättest du gerne zuerst? Theater natürlich. Okay. Das ist tatsächlich auch die jüngste Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe. Und zwar war ich, und da war ich noch nie vorher, im Tabakquartier. Und zwar war ich im Bremer Boulevardtheater. Am Zentrum für Kunst. War das? Nee, das ist das Boulevardtheater. Weißt du dort, wo, da gibt es auch diese ganz coole Gastro Julius heißt die. Und da hinten direkt am Tabakquartier dran, da ist das Boulevardtheater. Das gehört, soweit ich da richtig informiert bin, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, gehört das mit zum Weihertheater mit dazu. Ah ja, das ist ja bekannt auch. Genau, ja. Und ich habe da ein klassisches Boulevardtheaterstück geguckt. Die haben auch gerade dort eine Loriot-Aufführung mit den besten Sketchen von Loriot. Aber ich hatte eben halt ein Boulevardstück. Da kann ich ja dazu sagen, dass ich auch im Theater war. Aber ich war bei dieser globale Veranstaltung, das ist ein Literaturfestival für grenzüberschreitende Literatur. Und da war ich zu einer Lesung im kleinen Haus von Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das war auch sehr amüsant. Also das Theater ist übrigens ganz, ganz neu. Das wurde 2022 eröffnet. Das heißt, alles picobello, ganz, ganz frisch und neu und sehr schöner Aufbau. Ich glaube, 300 Leute oder so passen so um den Daumen herein. Also eine sehr schöne Bühne ist das, ja. Dann weiter. Ich war im Konzert und zwar war ich in zwei Konzerten. Einmal, also ich habe ganz schön Stadtteile besucht. Ich war einmal in der Neustadt im Modernes und habe mir dort den Bummelkasten mit meiner Tochter zusammen angeguckt. Bummelkasten ist ein A Cappella-Musiker aus Berlin und ja, sehr lustiges Konzert. Das Einzige, was meine Tochter ein bisschen irritiert hatte, dass es Stehplätze gab und keine Sitzplätze. Das war neu für sie, sodass man sich bei so einer Veranstaltung nicht hinsetzen kann. Aber meine Schultern haben es getragen. Sehr gut. Und dann kommt noch Teil drei. Ja, da war ich im Pier 2 und war bei Matzen, einer Band aus Norddeutschland. Und die waren, ich glaube, zum 13. Mal in Bremen zum Konzert. Und ja, da war ich zum Konzert. Das war sehr, sehr schön. Anfang November war das. Es war nicht kalt. Es hat ein bisschen geregnet. Aber wir konnten auch bequem ohne Jacke uns draußen anstellen. Wobei heutzutage die Schlangen, ich weiß nicht, wie dir das so geht, sind immer sehr, sehr organisiert. Das heißt, da gibt es halt nicht so einen riesen Pulk an Menschen, sondern die stehen alle schön der Reihe nach an. Und dann geht es halt rein ins Konzert. Und dadurch geht es auch unheimlich schnell, weil es halt weniger Gedränge gibt, wer da nun Vorrang hat vor den anderen. Das ist sehr interessant zu beobachten, dass es heutzutage ganz, ganz normal ist, dass es ganz lange Schlangen gibt, anstatt ein Pulk von Menschen. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, es kommt noch ein bisschen darauf an, wo du hingehst und was da für Leute hinkommen. Und dann gibt es eben diese Politik von, dass du eher eingelassen wirst, zum Beispiel bei bestimmten großen Pop-Events. Aber mein Gott, also dann hast du also mal wieder das Pier 2 Besuch. Das ist doch auch schön. Da gibt es ja auch oben ein paar Sitzplätze. Das stimmt, ja. Aber ich war nicht oben. Ich war unten tatsächlich im Getümmel. Naja, Getümmel eigentlich nicht. Ich habe eigentlich mir eher an den Rand gestellt. Ich war auch im Konzert, allerdings außerhalb von Bremen. Deswegen erzähle ich das nicht weiter. Also beziehungsweise auf dem Festival außerhalb von Bremen. Aber der nächste Programmpunkt, den du genannt hast, war Bremerhaven. Und da muss ich sagen, war ich auch aus beruflichen Gründen zu einem Fachtag. Genau, wo es ganz viel um, ja, Gewaltschutz und so weiter ging. Erstmal ein ernstes Thema, aber sehr gute Location dort. Und ich finde ja diesen Hafen da sehr schön. Also diesen ganzen historischen Hafen, der da ist, wo man Fischbrötchen essen kann. Das ist auch wunderschön, wenn man da im Herbst mal ist und schlendern kann. Da war ich dann nämlich auch. Ich habe jetzt nämlich das Bremerhavener Pendant vom Universum besucht. Nämlich war ich im Klimahaus. Und das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe, du ahnst es schon, ich habe mir eine Jahreskarte gegönnt. So, weil die halt nicht viel mehr kostet. Und wir hatten drei Stunden dort verbracht im Museum. Und haben festgestellt, dass sich das durchaus lohnt, noch ein weiteres Mal herzukommen, weil man auf gar keinen Fall alles entdecken konnte. Und da haben wir gesagt, nee, dann können wir gleich die Jahreskarte nehmen und auf jeden Fall in dem nächsten Jahr noch mehrmals nach Bremerhaven zu fahren, um das Klimahaus zu besuchen. Ja, man könnte ja auch sagen, das Klimahaus ist ja nicht unbedingt so ein klassisches Museum. Es hat ja auch so Anteile von Zoo, weil es ja auch Tiere gibt und so weiter. Das ist ja halt ganz spannend und überraschend am Klimahaus. Ja, absolut, ja. Warst du das erste Mal da? Ich war das erste Mal da, ja. Ich war im Auswandererhaus und so bisher. Aber das Klimahaus habe ich zum ersten Mal besucht, ja. Ja Mensch, da habe ich dir was voraus. Ich hoffe, dass du auch noch deine Universumskarte hast. Selbstverständlich, gerade verlängert um ein weiteres Jahr. Ach, gut. Und selbst bezahlt. Keine Werbung hier. Nee, nee, natürlich. Alles selber gekauft, ja. Also ich bin tatsächlich ein Fanboy vom Universum, aber das ist ja… Ich weiß, das ist jetzt nicht so überraschend. Bei mir wäre das eher vielleicht die Theaterlandschaft, denn man wird mich wahrscheinlich dann das nächste Mal hören, wie ich über meinen Besuch in der Schwankhalle erzähle oder im Theater Bremen. Wer weiß. Wie steht es denn um deine Erkenntnisse über Science Fiction und Weltall? Als Medienwissenschaftlerin habe ich alle wichtigen Filme gesehen. Oder vielleicht nicht alle, aber viele. Ist ja schon eine Weile jetzt her. Und ja, ich bin da eher so verhalten, würde ich sagen. Klar, das ganze Star Wars Thema, an dem kommt man ja immer nicht vorbei. Aber ich bin da relativ, ja. Dann lade ich dich jetzt recht herzlich ein weiter zu hören, diesen Podcast. Und zwar habe ich heute Olaf Brill zu Gast. Und der erzählt uns etwas über die langlebigste Science Fiction Reihe der Welt und wie er damit wirkt. Wie heißt die? Peri Rodan heißt die. Ach, die kenne ich sogar. Siehste. Ja. Und alles weitere erfährst du denn jetzt in unserem zweiten Teil des Podcasts. Und der ist echt aus Bremen oder wohnt in Bremen? Also er ist einer der Autoren, Olaf Brill und der kommt aus Bremen, ja. Wohnt aber nicht am Brill, aber das ist eine andere Geschichte. Wow, aber das ist voll cool. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist überraschend. Na, dann bin ich gespannt. Alles klar. Dann würde ich sagen, viel Spaß dir und auch den anderen bei meinem Interview mit Olaf. Das ist sehr lustig. Olaf interviewt Olaf. Also ciao, Renate. Für Klaus und Klaus. Ciao. Willkommen beim Bremen Podcast. Mein Name ist Olaf und ich freue mich sehr darauf zu sagen, hallo Olaf. Ja, hallo Olaf. Das ist ja unglaublich. Die Olaf-Dichte hier muss erhöht werden. Genau. Ich begrüße Olaf Brill hier im Bremen Podcast. Olaf, wir haben uns kennengelernt auf der Frankfurter Buchmesse, was eigentlich total surreal ist, weil wir beide aus Bremen kommen und uns aber in Frankfurt kennengelernt haben. Ja, so ist es. Und tatsächlich, ich erinnere mich, dass das Gespräch so war, dass ich aufgeschnappt habe, dass du Olaf heißt und aus Bremen kommst und ich bin hingegangen zu dir und gesagt, ich auch. Ja, oder bin ich nicht zu dir gegangen? Ja, nee, du hast das, glaube ich, mit meinem Freund Johannes unterhalten und ich glaube, so hatte ich mich da in das Gespräch mit eingeklingt. Ja, zwei Olafs aus Bremen, das muss ja was werden. Genau. Und ich wusste etwas über dich, nämlich du bist Autor für Perry Rodan. Genauer genommen haben wir gesprochen über den Comicband oder die Graphic Novel, was sagst du lieber, zu der kleine Perry. Ja, das ist ein Kinderbuch, ein Kindercomic, würde ich sagen. Das ist mein neuestes Produkt. Da haben wir jetzt gerade zwei Bände gemacht. Damit waren wir natürlich auch auf der Frankfurter Buchmesse, auf allen Messen, auf den großen Comicfestivals. Ich muss gleich dazu sagen, wenn ich sage, wir, ein Comic braucht natürlich auch einen Zeichner. Ich bin Autor, also habe ich da einen Partner, meinen guten Freund und langjährigen Kollegen Michael Vogt, der diese super niedlichen Zeichnungen macht. Und da haben wir eine wunderschöne Kinderversion von Perry Rodan gemacht. Und der dritte Band ist schon geschrieben. Da muss Michael nur noch ein paar kleine Zeichnungen machen und dann kommt der nächstes Jahr raus. Ja, das ist ganz großartig. Ich hatte das in einem Katalog entdeckt, dass es das gibt. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, das ist ja genau der richtige Einstieg für Nicht-Fans, die es noch werden wollen, in diese Welt von Perry Rodan. Nämlich, also der kleine Perry ist eine Kinderbuch-Comic-Umsetzung von Perry Rodan. Und um jetzt das Superlativ zu nennen, die langlebigste Science-Fiction-Serie der Welt. Perry Rodan ist 1961 gestartet im September mit Heft Nummer 1 Unternehmen Stardust, wo der Raumfahrer Perry Rodan zum Mond fliegt. Und seitdem ist jede Woche ein weiteres Heft rausgekommen. Jede weitere Woche. Krisen, Katastrophen, Wiedervereinigung, alles ist passiert, aber jede Woche ist ein Perry Rodan-Heft erschienen. Und das ist damit dann tatsächlich die langlebigste oder die längste Science-Fiction-Geschichte der Welt. Das heißt, mal eben kurz nachgerechnet, 3300 Bände müssten es denn jetzt sein. Ah, du weißt genau, wie viele Wochen seit 1961 vergangen sind. Sehr schön. Es könnte aber auch sein, dass du mir das schon vorher erzählt hast. Band 3300 ist gerade erschienen und natürlich, man kann es sich leicht vorstellen, bei jedem Hunderter, da startet ein neues, großes Abenteuer. Das kann mal über 50 Bände oder über 100 Bände gehen. Und damit haben wir gerade angefangen. Und du bist ein Teil, du schreibst nicht nur der kleine Perry mit dem dritten Band, der jetzt angekündigt ist, sondern du bist auch in der Serie für die Erwachsenen beteiligt. Ja, zu meiner großen Freude kann ich seit ein paar Jahren mit großer Leidenschaft bei Perry Rodan mitschreiben. Das war im Grunde mein Traum, als ich ein kleiner Junge war und diese Hefte immer gelesen habe. Und ich wollte natürlich damals auch Schriftsteller werden. Schriftsteller oder alternativ Detektiv, weil ich natürlich auch die Drei-Frage-Zeichen-Bücher sehr geliebt habe. Aber als ich da so ein bisschen älter wurde, etwas zu alt für die Drei-Frage-Zeichen, da habe ich Perry Rodan entdeckt und das habe ich total toll gefunden. Und hatte immer den Traum, ich will auch mal bei Perry Rodan mitschreiben. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft und es macht unglaublich viel Spaß, da jetzt meine eigenen Hefte beitragen zu können. Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was das genau ist, jeder hat es bestimmt schon einmal im Supermarkt gesehen oder im Buchhandel. Das sind kleine Heftromane, markantes blau-rotes Logo mit dem Schriftzug Perry Rodan. Dann gibt es halt aber auch noch unfassbar viele Spin-Offs dazu, die über die Jahre hinweg erschienen sind. Und zum Beispiel Perry Rodan Neo, die so ein bisschen die Geschichte neu erzählt. Jetzt gehen wir ein bisschen in das Nerd-Thema rein. Ja, müssen wir ein bisschen ausruhen. Perry Rodan spielte 1971, also zehn Jahre in der Zukunft, als der erste Band rausgekommen ist. Aber wir haben jetzt 2024, das hat sich so ein bisschen überholt. Deswegen gibt es da wahrscheinlich einen kleinen Zeitversatz. Und dafür gibt es diese Neo-Serie. Ja, da müssen wir so ein bisschen auseinanderdröseln gerade mal. Zunächst einmal das blau-rote Logo, das haben wir gerade abgeschafft mit Band 3300. Neues Product Design, also wir haben ein bisschen auf moderner aufgeschaltet. Marken-Relaunch oder so heißt das, ne? So in der Art, also jetzt ist der Perry Rodan Schriftzug etwas größer und wie heißt das, freigestellt auf dem Titelblatt. Der ist aber noch, der ist jetzt in roter Schrift, sodass in gewisser Weise das andere Logo ein bisschen mitschwingt. Und tatsächlich ist es so, dass diese Serie, als sie 1961 gestartet ist, zunächst einmal die erste Mondlandung zum Thema hatte. Zur Erinnerung, die erste Mondlandung in der Realität fand ja erst am Ende des Jahrzehnts statt. Also hat man in Perry Rodan Heft Nummer 1 eine Mondlandung für das Jahr 1971 erstmal beschrieben. Dort trifft Perry Rodan dann auf Außerirdische, kriegt von denen so ein bisschen die Technologie mit, verhindert den Atomkrieg auf der Erde, eint die Menschheit und fliegt hinaus in den Weltraum. Und insgesamt sollte also eine, wie es mal gesagt wurde, Geschichte des Menschen in der Zukunft erzählt werden. Also ausgehend von diesem ersten Mondflug und dem Erwerb einer überlegenen Technologie, die denn auch zu größeren Raumschiffen und größeren Weltraumreisen führt, soll immer weitererzählt werden, wie quasi die Entwicklung der Menschheit weitergeht. Und das tatsächlich jetzt jede Woche seit September 1961. Und die von dir angesprochene Serie Perry Rodan Neo, es gibt verschiedene Nebenserien, Spin-Offs und so weiter und so weiter. Und Perry Rodan Neo, das ist ein Reboot von Perry Rodan zum 50. Geburtstag der Serien. Kurz mal rechnen, wann war das? 2011. Ja, da hat man gesagt, jetzt wollen wir mal diese alten Hefte ein bisschen modernisieren und erzählen einfach die ganze Geschichte nochmal. Und wir sagen, unser Perry Rodan fliegt jetzt 2036 zum Mond und erlebt dort ähnliche Abenteuer, aber alles ein bisschen moderner und auf unsere heutige Zeit angepasst. Und damals 2011 hat man also diese Reboot-Serie gestartet, Perry Rodan Neo. Davon sind inzwischen auch über 300 Bände erschienen. Ein paar davon habe ich geschrieben. Wahnsinn. Und dann frage ich mal, du hast gesagt, das ist ein Kindheitstraum oder ein Lebenstraum gewesen, Teil dieser Serie zu werden. Wie stelle ich mir das vor? Wie bist du zu dieser Serie gekommen? Bist du am Kiosk gewesen, hast gesagt, oh hier, das lese ich jetzt einfach mal? Oder wie ist das passiert? Ja, Olaf, ich bin ja sogar noch ein bisschen älter als du. Wir sprechen hier also von den 70er Jahren Kindheit. Und so Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, da war immer noch dieser Astronauten-Boom, dieser Weltraum-Boom. Space Race oder so hieß das, genau. Das war in den 60er Jahren, genau, der Wettlauf zum Mond. Wir haben ja, oder was heißt wir, die Amerikaner haben ja erstaunlicherweise schon 1972 aufgehört zum Mond zu fliegen. Das fand ja alles innerhalb von wenigen Jahren statt. Und es waren, glaube ich, sechs Missionen bei den Menschen, die überhaupt auf dem Mond gelandet sind. Aber in den 70ern war alles noch voll von diesem Weltraum-Thema. Man ging davon aus, dass man 1980 sicherlich auf dem Mars landen würde. Man hat dieses Skylab und auch das ganz sensationelle Apollo-Soyos-Kopplungsmanöver gehabt. Das wurde alles im Fernsehen übertragen, in großen Sendungen. Dann Ende der 70er Jahre, die Space Shuttles. Das war also ein ganz großes Thema. Und ich war ein kleiner Junge. Und Mitte der 70er Jahre fing ich so an, mich dafür zu interessieren, aber auch für Science Fiction zu interessieren. Das war natürlich im Fernsehen. Es gab Wiederholungen von Raumschiff Enterprise. Es gab noch ein paar Jahre früher eine ganz tolle Zeichentrickserie, Sea Lab 2020. Spielt im Jahre 2020, also aus heutiger Sicht in der Vergangenheit und schilderte die Abenteuer eines Unterwasserlabors. Das fand ich ganz, ganz toll. Und mir war klar, das ist Science Fiction. Das sind Geschichten, die in der Zukunft spielen. Und das hat mich also unglaublich interessiert. Und dann hatten wir natürlich Anfang 1978 in Deutschland Krieg der Sterne, wie Star Wars damals hieß, als es nach Deutschland kam. Und das fand ich also unglaublich toll und war total happy, als mein Vater mich damals mitgenommen hat. Denn ich war zehn und Krieg der Sterne war freigegeben ab zwölf. Heute sechs. Das hat sich erinnert, ja. Und ich durfte diesen Film nicht sehen, aber ich war so begeistert. Mein Vater hat mich eines Tages einfach mitgenommen und gesagt, komm, wir gucken jetzt Krieg der Sterne an. Weißt du, in welchem Kino das war? Ich habe Krieg der Sterne mit Papa im Europakino gesehen. Oh, wunderschönes Kino. Es war von oben auf dem Balkon. Es war natürlich wunderbar. Dieser Schriftzug kommt am Anfang ins Bild. Was erwartet uns da? Und dann kommt dieses Raumschiff und dann dieses ganz große Raumschiff. Also ein ganz, ganz wunderbares Kindheitserlebnis. Da hatte ich mich aber schon für Peri Rodan interessiert. Peri Rodan hat damals ein sogenanntes Sonderheft rausgebracht zu Krieg der Sterne. Das hatte ich natürlich gekauft wegen Krieg der Sterne und wurde nochmal auf Peri Rodan aufmerksam gemacht, von dem ich irgendwie ein paar Jahre vorher schon mal zwei Hefte gelesen hatte. Also das passierte einfach so. Als Kind hat man ja alle möglichen Comics und Kram und so und liest das dann. Und das hatte ich halt, als ich anfing, mich für die Science Fiction zu interessieren, hatte ich dann also den Namen Peri Rodan irgendwie wieder im Kopf. Und dann entdeckten wir, also ich und ein Mitschüler von mir, wir strömerten so durchs Viertel und entdeckten Antiquariate, die Romanhefte führten. Ich weiß noch, das hieß Geffes Bücherbörse damals und war ein kleines Ladengeschäft im Viertel. Und ich glaube oder ich habe den Verdacht, diese Läden dienten so mehr oder weniger den Hausfrauen dazu, dass sie da ihre Arzt- und Liebesromane von letzter Woche wieder abgaben und sich einen neuen Schwung für die nächste Woche holten. Dort gab es aber ganz viele Kisten mit Romanheften aller Genres und eben auch Peri Rodan. Und ich kam da rein und sah, oh, hier haben die Peri Rodan Hefte. Und dann blätterte man durch die Kästen und ich weiß jetzt den Preis nicht mehr, aber das waren dann halt 50 oder 80 Pfennig oder so. Dann konnte man sich Peri Rodan Hefte kaufen. Ich suchte mir die mit den schönsten Titelbildern aus und las das dann. Und da war ich sozusagen dann gefangen. Ich kann mir gerade vorstellen, wie es in dem Laden riecht. Ja, das ist genau der Geruch, den du jetzt in der Nase hast. Also es riecht nach Drucker, Schwärze und Papier. Und Antiquariate riechen ja anders als Buchhandlungen. Wenn neue Bücher riechen anders als alte Bücher. Und das war natürlich total toll. Ich habe das mal recherchiert, als ich einmal einen Vortrag über Peri Rodan in Bremen gehalten habe. Das war noch während der Pandemie. Da haben wir tatsächlich unsere Vorträge mit Masken gehalten. Und zwischen den Zuhörern wurde anderthalb Meter Abstand gesetzt. Kann ich gleich ein bisschen Werbung für machen. Die Botanica in Space findet einmal im Jahr statt im Rotodendron Park. Das kannte ich vorher gar nicht. Unglaublich tolles Ereignis. Das ist auch für Kinder eine ganz tolle Veranstaltung. Da laufen also Darth Waders und Sturmtruppler rum ohne Ende. Ganz, ganz toll. Und da habe ich also 2021, wir haben uns gemerkt, das war der 60. Geburtstag von Peri Rodan. Da habe ich also einen Vortrag gehalten und dann auch den so ein bisschen auf Bremen abgestimmt. Und dann habe ich diese Geschichte auch erzählt, wie ich damals in Bremen Geffes Bücherbörse in den Antiquariaten, da die Hefte gefunden habe. Und da habe ich halt einige meiner alten Romanhefte rausgesucht, die ich damals wirklich gekauft hatte. Und bei diesen Antiquariaten oder bei Läden, die Buchprodukte Secondhand verkaufen, die müssen die irgendwie kennzeichnen. So Mängelexemplar oder sowas. Und da war dann also immer so ein Stempel drin. Und auf diesem Stempel, in dem Fall, das war einfach ein Stempel mit der Ladenadresse des Ladens, wo ich es gekauft hatte. Ich habe also ein paar alte Hefte gefunden, die ich damals wirklich selber als Kind gekauft habe, wo noch dieser Stempel drin war. Und ich habe sehr gestaunt, denn der Laden, den ich kannte, der war im Viertel Osterthor Steinweg. Ganz offensichtlich, direkt am Osterthor Steinweg. Das ist die Adresse, die auf dem Stempel stand. Meine Erinnerung hat mich da total getäuscht. Ich dachte, der wäre so ein bisschen um die Ecke in einer dieser Nebenstraßen. So ein kleines Ladengeschäft mit so einem großen Glasfenster und so. Und ich habe eigentlich immer gedacht, der ist nicht direkt am Osterthor Steinweg gewesen. Muss aber so gewesen sein. So steht es auf dem Stempel. Den Laden kannte ich also. Habe ich regelmäßig besucht. Die kannten mich da bestimmt schon. Und ich kannte einen zweiten Laden, den ich dann irgendwann entdeckt habe, in der Admiralstraße in Findorf. Da gab es also auch so ein kleines Ladengeschäft. Ja, und als ich dann in Bremen diesen Vortrag gehalten habe, sind tatsächlich dann hinterher einige zu mir gekommen. Da waren ja Bremer im Publikum. Und haben mir da noch viel mehr erzählt über Geffers Bücher. Also die kannten das. Und das ist ein Betrieb oder ein Ladengeschäft, der ursprünglich aus Gröpelingen kommt. Das kannte ich als Kind überhaupt nicht. Und da hat offenbar ein Buchhändler namens, ich glaube, er hieß Otto Geffes Bücherbörse, genau. Der hat in Gröpelingen ein oder mehrere kleine solche Geschäfte betrieben. Es gibt sogar ein Comicbuch, das von diesem Otto Geffes handelt. Das heißt Böse Geister von Pierre Meta, Bremer Autor und einer Berliner Illustratorin. Und die erzählen also so eine Geschichte über diesen Laden in Gröpelingen. Dort wird erzählt, dass ein, also da kommt ein älterer Mann, als das Gebäude abgerissen werden soll in Bremen, zurück nach Bremen und sucht seinen alten Laden auf, wo er immer so Horror-Comics erworben hat. Und die Geschichte springt immer so hin und her zwischen Vergangenheit, kleiner Junge und Gegenwart älterer Herr. Das kannte ich so gar nicht, dass es da auch Comics gab. Also meine Meinung ist, aber mein Gedächtnis kann täuschen, wie man sieht, dass es in den Läden in der Admiralstraße und am Osterthor Steinweg nur Romanhefte gab. Also jetzt ist es so, wenn man heutzutage so per Rodan ältere Geschichten haben möchte, geht man in Comic-Geschäfte. Also Comic-Café, Comic-Mafia, die haben auch oft noch diese riesen Kartons, wo Heftromane zu finden sind. Ah, die haben doch die Kartons mit den Heftromane. Die sind dann meistens unten unter den eigentlichen Blätterregalen. Oder hinten im zweiten Raum. Oder so, genau. Ja, Comic-Läden sind natürlich auf Comics spezialisiert. Ich bin ja großer Comic-Fan. Also das ist mir natürlich sehr recht, dass da sehr viele Comics präsentiert werden. Meine eventuell auch. Aber es ist heute keine große Schwierigkeit, Peri-Rodan-Hefte zu kaufen. Also die gibt es wirklich in Ebay-Zyklenweise. Also man kann die wirklich im Stapel von 100 Heften kaufen. Perfekt sortiert und katalogisiert, ja. Wer möchte, kann sie als E-Books erwerben. Und es gibt natürlich Hörbücher dazu. Es gibt weiterhin die Serie. Hast du damals die Hörspiele von Europa gehört? Also es gab die auch als Schallplatte von Europa. Ich habe die inzwischen gehört. Seltsamerweise nicht damals. Ich habe Commander Perkins gehört. Ja, das ist das Konkurrenzprodukt. Ja, oder das Vorläuferprodukt, könnte man sagen. Commander Perkins ist ja von Hans Gerhard Franziskowski, der sich als Autor H.G. Francis nennt. Den kennst du? Der hat, ich glaube, die ersten 60 Drei-Fragezeichen-Hörspiele geschrieben. So, plus, minus, genau. Oder jedenfalls die Drehbücher oder die Skripte als Vorlage für die Hörspiele. Und der hat damals eigentlich überall mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Peri Rodans der geschrieben hat. Vielleicht 300 oder so. Irgendwo so in der Größenordnung. Hat also unglaublich viel gemacht. Ich habe ihn übrigens mal kennengelernt. Ich habe ihn besucht in seinem Haus in Stellau, in der Nähe von Hamburg, als 15-Jähriger. 15, 14, irgendwie sowas in dem Dreh. Okay, total toller Typ, netter Mann. Und wir haben seine Peri Rodans gelesen und wir haben seine Hörspiele gehört. Und das war damals für mich also eine Schallplattenserie. Also eigentlich so richtig noch vor dieser Kassettenzeit. Namens Commander Perkins. Ich nenne das immer Peri Rodan für Kinder. Weil das so ein Kinderhörspiel war. Und es hat viele Elemente, die in der Peri-Serie auch vorkommen. Und als H.G. Francis dann tatsächlich Peri Rodan Hörspiele gemacht hat, das muss also dann Mitte der 80er gewesen sein, da hatte ich mal so eine kleine Phase, wo ich mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben wollte. Also die habe ich tatsächlich nicht gehört. Aber später bin ich ja wieder zurückgekommen mit der nostalgischen Verklärung, als ich gesagt habe, mein Kindheitswunsch, Peri Rodan und all das, das ist doch eigentlich richtig toll gewesen. Da fängst du jetzt mal wieder mit an. Und wie bist du denn zu der Serie gekommen als Autor? Also wie bist du hier in Bremen aufgestanden? Hast du gesagt, so heute werde ich jetzt Peri Rodan Autor? So ungefähr, ja. Bei Peri Rodan ist es so ein bisschen wie mit der Papstwahl. Man kann sich nicht bewerben. Man muss berufen werden. Und das kann man natürlich machen, indem man sich geschickt positioniert und immer mal an der richtigen Stelle, Hallo, es gibt mich, sagt. Und das habe ich tatsächlich dann eine Weile gemacht. Und irgendwann sind die Gott sei Dank auf mich aufmerksam geworden. Und dann kriegte ich irgendwann den Anruf. Den Anruf. Nachdem man dann hinterher fröhlich im Zimmer herumspringt. Ich darf zum ersten Mal einen Peri Rodan Roman schreiben. Relativ spät hat das geklappt. Also das hätte ich mir als kleiner Junge nicht vorgestellt. Also als 13-Jähriger, da wollte ich auf jeden Fall es erreichen, dass ich mit 15 Peri Rodan Autor bin. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Keine Ahnung, warum die Verlage damals meine Skripte nicht so toll fanden. Aber später, als ich dann dachte, das willst du mal versuchen, habe ich an meinem 50. Geburtstag meinen ersten Peri Rodan Roman geschrieben. Unfassbar. Jetzt ist das ein paar Jahre her. Und jetzt habe ich so ungefähr 20 geschrieben. Okay. Das ist ja heute schon eine ganze Menge. Also wenn du sagst, dass du jetzt mit 50 eingeschickt bist, wie lange brauchst du für so einen Roman? Das kommt ganz drauf an. Und zwar, wie schnell der Exposé-Autor seine Vorlage liefert. Peri Rodan ist ja eine Serie, wo die einzelnen Hefte auch zueinander passen müssen. Das heißt, es gibt einen, der das koordiniert und der quasi so kleine Exposés schreibt, in denen drinsteht, was in den Heften drinstehen soll. Wir sind ein Autorenteam, das also da gemeinsam an einem großen Projekt arbeitet. Manchmal ist das recht knapp vor dem Drucktermin. Da muss man so einen Roman auch schon mal in drei Wochen schreiben. Was ich mehrfach gemacht habe, macht nicht so viel Spaß. Mir macht es mehr Spaß, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten, sich einzugruven. Einfach auch mal das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen und darüber nachzudenken, was willst du da schreiben? Was kommen dir da für Ideen? Ideen schon mal aufzuschreiben. Als Schriftsteller, ich werde manchmal gefragt, was kannst du als Tipps geben für angehende Schriftsteller? Mein Tipp ist immer, fang nie mit einer leeren Seite an. Also immer, wenn du ein Dokument aufmachst und da jetzt was schreiben musst, steht da schon was drin. Und das ist natürlich irgendwie dahin gekommen. Und das ist dadurch dahin gekommen, dass du in der Phase, bevor du mit dem eigentlichen Schreiben beginnst, immer schon so Ideen aufschreibst. Und daher hätte ich gerne sechs Wochen, acht Wochen Zeit für so einen Roman. Wenn es sein muss, auch mal in drei Wochen. Das sind so die Möglichkeiten. Du hast aber denn noch schon ein bisschen Spielraum? Also du hast natürlich Plot-Vorgaben, damit es die gesamte Rahmenhandlung mit einbezieht. Aber du hast sicherlich auch genügend Freiraum. Wo findest du denn Inspiration? Sitzst du vor der Schreibmaschine zu Hause und lässt nebenbei Enterprise laufen? Oder gehst du hier, Bremen ist eine Weltraumstadt, also Raumfahrtstadt, Weltraum klingt sehr, sehr weit gefasst, aber eine Raumfahrtstadt für Raumfahrttechnologie. Recherchierst du da? Kommt aus Bremen. Ja, genau. Das mit diesen Inspirationen ist ja grundsätzlich so, jetzt mal abgesehen davon, dass wir in Bremen auch eine sehr innige Beziehung zur Raumfahrt haben. Die NASA-Astronauten, die hoffentlich demnächst wieder mal zum Mond fliegen, die waren ja vor kurzem in Bremen, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, haben sich das ja alles mal angeguckt. Also da hat Bremen natürlich wirklich ein großes Bein im Spiel der Weltraumfahrt, aber unabhängig davon kriegt man seine Inspiration als Schriftsteller eigentlich irgendwo, überall, überall her. Du sitzt im Zug, guckst aus dem Fenster, siehst irgendwas und das liefert dir irgendwie eine Inspiration für das, was du schreiben kannst. Und ich muss sagen, das war ganz schlimm in der Corona-Zeit, als wir alle nicht rausgegangen sind und ich saß an meinem Schreibtisch im Grunde den ganzen Tag und erlebe dir nichts und merke dir plötzlich, wenn du nichts erlebst, kannst du auch nichts schreiben. Also das ist ganz wichtig, dass du irgendwas erlebst und selbst wenn ich Geschichten über Weltraumabenteuer schreibe, ich verrate dir mal was, ich war noch nie im Weltraum. Ich auch nicht. Siehst du mal, schon wieder eine Gemeinsamkeit. Dann hat das doch etwas mit meinem Leben zu tun, denn ich verarbeite irgendwelche Erlebnisse, die ich gehabt habe. Ich kann mir vorstellen, wie einer reagiert, wenn er in so eine Situation gerät, weil ich auch mal in einer ähnlichen Situation war, die natürlich in einem ganz anderen Umfeld sich abgespielt hat. Also, du kannst deine Inspiration überall herbeziehen und insofern steckt sicherlich viel Bremen in meinen Romanen. Okay, aber wahrscheinlich eher zwischen den Zeilen, als wahrscheinlich wird die defekte Uhr an der Domsheide kein Thema in der nächsten Geschichte von dir sein. Ja, das habe ich dir im Vorgespräch erzählt. Ich wohne ja direkt in der Innenstadt. Ja, aber du wohnst nicht am Brill, um einfach das mal klarzustellen. Du heißt Brill mit Nachnamen, hast es aber vorgezogen, nicht am Brill zu leben. Das ist mein Name. Am Brill gab es damals, als ich eine Wohnung gesucht habe, einfach keine Wohnung. Das habe ich natürlich versucht. Das wäre eine so coole Adresse gewesen. Ich habe eine Wohnung besichtigt, in der Langenstraße, auf der anderen Seite der Martini-Straße, also auf der Weser-Seite sozusagen, der Martini-Straße. Da hätte ich dann meinen Freunden, wenn sie mich besuchten, aus anderen Städten oder so, sagen können, er steigt aus am Brill, bitte schön. Dann hätten die mir den Vogel gezeigt und gesagt, du spinnst wohl. Nee, 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 da müsst ihr aussteigen. Das wäre so cool gewesen, aber er muss seine Wohnung natürlich danach wählen, dass da die Bedingungen alle stimmen. Und ich habe mir damals gewünscht, in der Innenstadt zu wohnen. Das erinnert mich irgendwie an die Kindheit. Ja, ich bin da zur Schule gegangen. Ich habe... St. Johann warst du, ne? Ich war St. Johann. Wie du. Das haben wir in Frankfurt schon festgestellt. Man unterhält sich, zwei Bremer unterhalten sich und sind zur gleichen Schule gegangen. Wir bekannten teilweise die gleichen Lehrer und so. Ich habe eine gemeinsame Wand mit meiner alten Schule. Und ich bin damals natürlich immer von meinem Elternhaus aus zur Schule gefahren, mit der Straßenbahn. Und wenn ich dann später aus meiner Wohnung meine Eltern besucht habe, bin ich den gleichen Weg gefahren, aber in die andere Richtung wieder zurück. Und ich liebe es, in der Innenstadt zu wohnen. Ich kann auf den Balkon treten und sehe den Bremer Dom, der leider mir die Seite zuwendet, wo keine Uhr zu sehen ist. Sonst könnte man einfach auf den Dom gucken und gucken, wie spät es ist. Domsheide geht auch nicht mehr. Da ist die Uhr gerade verschwunden, die, glaube ich, ein halbes Jahr lang fünf vor zehn angezeigt hat. Und dann haben sie die Uhr abgebaut. Also ich weiß im Grunde nicht, wie spät es ist, aber ich wohne in der Bremer Innenstadt. Das ist sehr schön. Aber dann bist du ja in der guten Stube sozusagen, also im historischen Bremen, ja verortet. Das ist ja so ein bisschen antiklimaktisch zu dem Science-Fiction-Leben, was du auf Papier bringst. Ja, nicht ganz, denn ich lebe ja quasi in der Gegend meiner Kindheit, die zu diesem Science-Fiction-Interesse geführt hat. Wie du hörst, ich rede immer noch gerne über Geffes Bücherbörse, die Antiquariate, wo ich meine Hefte gekauft habe. Und ich bin irgendwie in dieser Gegend. Ich bin natürlich dann auch in der Straßenbahn perirodan lesend nach Hause gefahren. Also das ist alles irgendwie um mich herum. Ich liebe es auch, wenn die Kinder so schreien, wenn die Schule aus ist und so schnell wie möglich zur Straßenbahn rennen und vorher noch die nächste Verabredung mit dem besten Freund treffen. Das ist, ich gucke runter auf die Straße und sehe das heute. Das ist natürlich eine andere Generation, aber die machen alles genau so, wie wir es damals auch gemacht haben. Das stimmt. Es gibt ja noch ein Schnellrestaurant an der Domsheide. So eine goldene Möwe ist das, glaube ich, so ein Symbol. Wo ich nie bin. Ich gucke aus meinem Fenster auf dieses Restaurant, aber ich esse dort nie. Ja, ich kenne das halt auch von meiner Schulzeit. Ich bin damals mit der Linie 25 immer zur Schule gefahren. Also aus Findorf heraus dann immer zur St. Johannenschule. Ich kam damals mit der 1, die heißt heute aber 4. Stimmt. Aus einem Grund. Die bis hinten Asten fährt mittlerweile sogar. So eine erweiterte Strecke dann. Genau. Mein Elternhaus war in Kattenturm in der Robert-Koch-Straße. Das ist da ganz toll, eine tolle Straße für Kinder eigentlich gewesen in den 70er Jahren, als ich da aufgewachsen bin, weil dort gerade diese neuen Reihenhäuser gebaut wurden und denen meine Eltern eins gekauft haben. Die wurden neu gebaut und es sind alles im Grunde junge Paare eingezogen, die alle Kinder im mehr oder weniger gleichen Alter hatten. Und da haben wir alle auf der Straße gespielt und kannten uns alle und um 18 Uhr war man natürlich zur Sesamstraße wieder drin, aber 18.30 Uhr waren wir wieder auf der Straße und dann gab es irgendwann diese tolle Straßenbahnbrücke, die von Kattenturm nach Huckelrede rüber führt, wo damals noch das Hansa-Stadion war. Kennst du das noch? Dieses Motorsportstadion. Wir hatten immer, ich glaube es war samstags, dieses Knattern der Motorräder ging durch Kattenturm, weil da tatsächlich so ein Motorsportstadion war. Das wurde dann irgendwann abgerissen, aber man fuhr da drüber auf dieser großen Straßenbahnbrücke sozusagen. Und das war also eine ganz tolle Zeit, an die ich auch gerne zurückdenke. Du bist viel natürlich, wenn du in der Innenstadt lebst, viel zu Fuß unterwegs, aber auch mit dem Fahrrad habe ich gehört eben. Auto ist wahrscheinlich eher schwierig. Du findest keine Parkplätze in der Innenstadt und infolgedessen habe ich kein Auto. Ja. Ich habe einmal es gehabt, dass ich frühmorgens am Montag nach Worpswede musste und da habe ich mir von meinem Vater den Wagen geliehen und wollte den in der Nähe meiner Wohnung parken irgendwo. Ich glaube, ich bin eine Stunde durch die Innenstadt gefahren und habe einen Parkplatz gesucht, wo ich vor allem auch parken durfte und habe dann letzten Endes auf der anderen Weserseite geparkt und bin dann am nächsten Morgen hingelatscht und mit dem Auto nach Worpswede gefahren. Heute gibt es Gott sei Dank dieses Carsharing in Bremen, wo du dir einfach den nächsten freien Wagen nehmen kannst und buchen kannst und den benutzen kannst. Das mache ich also häufig, aber ich habe keinen eigenen Wagen. Mit dem Fahrrad fahre ich auch sehr gerne. Im Sommer bevorzugt. Da kannst du am Deich langfahren, um den Werdersee einmal rumfahren, ganz einfach. Und ich habe eine ganz tolle Tour entdeckt, die ich öfter mal fahre. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht so der... Also ich hätte jetzt auf Werdersee getippt, aber... Ja, Werdersee, also das ist natürlich super, einfach mal um den Werdersee fahren oder vielleicht einfach in Habenhausen einkaufen fahren, einfach nur um ein bisschen... Aber es klingt so, als wenn du eine andere Strecke hast. Irgendwann habe ich entdeckt, lass doch mal ein bisschen weiterfahren und nicht immer nur im Kreis fahren und so. Dann bin ich auf dem Deich den Werdersee einfach weiter geradeaus gefahren und komme dann nach Kirchweil mehr oder weniger. Also wirklich diese Strecke nach Kirchweil, wo wir früher immer ins Freibad gegangen sind. Ja, war das also so, die Eltern karten die Kinder mit dem Auto nach Kirchweil und dann verbrachte man da einen Tag mit Schwimmen und Pommes und natürlich Perirodan-Hefte lesen, denn die hatte ich ja natürlich dabei. Und das ist auch so eine schöne Kindheitserinnerung irgendwie und ich dachte, gibt es dieses Freibad eigentlich noch? Fahr da doch mal vorbei. Und das ist eine tolle Strecke, also naja, für mich persönlich ist das jetzt eine schöne private Strecke. Einfach am Werdersee langfahren, dann nach Kirchweil abbiegen, einmal ums Freibad rumfahren, dann kann man natürlich hinten langfahren, damit man es nicht so langweilig hat und auf dem Rückweg dieselbe Strecke fährt. Da sind auch diese kleinen grünen Schilder für die Fahrräder langfahren. Man kommt dann an so ein paar Bauernhöfen vorbei, da ist einer dabei. Weil ich, als ich da zum ersten Mal vorbeigekommen war, dachte ich, ich sehe nicht richtig, da standen plötzlich Emus vor mir, leibhaftige Emus. Also diese Riesenvögel, die waren da irgendwie untergebracht. Als ich zuletzt da war, dieses Jahr, habe ich die nicht mehr gesehen, da sind auch manchmal Ziegen, Ponys und so weiter, aber es ist insgesamt eine schöne Strecke, wenn man im Sommer ein bisschen fahren. Wie lange fährt man da? Etwas über eine, so zwischen einer und zwei Stunden, also da muss man ja nicht hetzen. Und ich denke mal, das wird vielleicht insgesamt hin und zurück, keine Ahnung, 30 Kilometer oder so. Eine schöne kleine Strecke. Es gab schon Sommer in Bremen, da habe ich das an drei Tagen hintereinander einfach gefahren, nur so aus Spaß. Und man kann ja auch, hat vielleicht einen Kopfhörer dabei, kann sich ein schönes Hörspiel anhören oder Musik. Also das mache ich manchmal. Ja, ich bin gerade ein bisschen stutzig geworden, hast gesagt, dass du in deine Badetasche dann auch deine Peri-Rodan-Romane reingelegt hast, wenn die nicht nass. Man hat den ganzen Tag im Schwimmbad verbracht und die Pommes wurden ja auch nicht nass, das gehörte einfach dazu. Na gut. Und da sind wir halt damals immer hingefahren und seitdem bin ich allerdings nicht mehr im Schwimmbad gewesen. Es gibt es noch und ich benutze das allerdings immer als Umkehrpunkt, auf meiner kleinen Fahrradtour. Jetzt habe ich dir ein Geheimnis verraten. Das ist eine super Route, klingt sehr interessant und Emus sehen, das möchte ich auch gerne mal. Ich glaube, das wäre auch was für meine Tochter. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob die noch da sind. Also ich war dieses Jahr, glaube ich, nur einmal auf dieser Tour unterwegs. Ja. Da waren die gerade nicht zu Hause. Okay, also jetzt das aktuelle Wetter lädt auch nicht unbedingt ein, jetzt diese Route zu fahren, aber im Sommer werde ich mir das mal notieren. Oder wenn der Frühling kommt, der kommt ja manchmal sehr früh, schon mit warmen Tagen, da kann man auch im Februar hinfahren. Okay, also Route ist gespeichert. Danke für den Tipp. Wenn du Besuch bekommst von Autoren, Kollegen oder Freunden aus ganz Deutschland verteilst, was ist denn das Erste, was du denen in Bremen zeigst? Ja, da ist es natürlich ganz toll, wenn man direkt da wohnt, wo man, wenn man auf die Straße guckt, unten diese Stadtführer manchmal sehen kann. Also Leute, die sind manchmal wie so Nachtwächter gekleidet und die haben so eine Gruppe um sich versammelt und erklären, wie toll Bremen ist, wenn man hier rechts rum geht und wenn man hier links rum geht und da ist das Schnurrviertel und so weiter. Und ich liebe das total, dass ich da wohne, wo andere Leute hingehen als Touristen, um diese tolle Stadt kennenzulernen. Und ich bin mittendrin, ich gehe jeden Tag oder fast jeden Tag über den Marktplatz oder die Wilhelm-Kaisen-Brücke und habe diese ganze tolle Architektur aus unterschiedlichen Zeiten, die seltsamerweise gut zusammenpasst. Also die Bürgerschaft ist ja sehr viel später, als sie an einem anderen Gebäude errichtet wurden. Das genieße ich total, dass ich sozusagen in einem Touristengebiet, das wunderschön ist, einfach lebe. Und wenn mich Leute besuchen, habe ich ja schon sehr oft gehört, dass sie total begeistert sind von Bremen, von Anfang an und erst recht, wenn sie so ein bisschen die Stadt kennenlernen. Die sagen mir, wenn sie, sagen wir mal, aus Hamburg kommen oder so, in Bremen ist alles so nah aneinander und man kann im Grunde sehr viel zu Fuß erschließen und geht ein paar Meter und ist dann in einer ganz anderen Gegend. Und die Stadt offenbart sozusagen eine neue Facette. Ich gehe mit den Leuten, wenn sie mich sagen, wir mal einfach nur kurz besuchen, bevorzugt im Sommer, gehe ich sehr gerne auf den Marktplatz oder in eines der Restaurants und dann sitzt man und kann praktisch um sich blicken und hat alle Attraktionen der Stadt vor sich, aber man kann natürlich auch unten lang gehen an der Weser, an der Schlachte oder auf das Weserstadion zugehen und ist dann sehr schön in einem grünen Bereich. Dann sieht man da hinten, wo die Weser einen großen Bogen macht, wie es früher so schön hieß, in dem Werder Bremen Lied. Da sieht man das Weserstadion, kann dann wieder hochgehen zum Osterdeich, ist im Viertel drin und das alles ist nur ein kleiner Spaziergang. Also man kann in Bremen einfach sehr schön ein paar Schritte gehen und hat eine ganz andere Gegend. Versuch das mal in Hamburg. Das ist ein bisschen schwieriger, da kannst du um die Alster herumlaufen, aber wenn du dann weitere Sachen in die Hafenwelten angucken willst, dann bist du halt schon deutlich länger unterwegs. Musst du U-Bahn fahren. Aber du bist, wenn ich das so richtig gehört habe, du bist viel zu Fuß unterwegs in Bremen oder wie wegst du dich sonst durch die Stadt? Mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder Straßenbahn? Ja, viel zu Fuß natürlich in den zu Fuß Entfernungen. Ich fahre meistens mit dem Fahrrad, wenn es so in Richtung Weserstadion geht, dann kann man schon mal mit dem Fahrrad fahren. Gehst du ins Stadion? Wann war ich zuletzt im Weserstadion? 2005. Also nach der Meisterschaft sozusagen. Werder gegen Mönchengladbach und ich glaube, wir haben gewonnen. Aber wie alle Bremer bin ich natürlich für Werder Bremen jederzeit. Das ist so ein bisschen auch gehört zur DNA von Bremerinnen und Bremer dazu. Das heißt, du bist auch, also das haben wir vorher noch nicht erwähnt, du bist in Bremen auch geboren und bist eigentlich auch nie weg aus Bremen oder hattest du zwischendurch ein Zwischenspiel in anderen Städten? Geboren im St. Josefstift in Bremen, wo ich seitdem glaube ich nicht mehr gewesen bin. Ich habe mal Zivildienst gemacht in Uelzen mitten in Niedersachsen und das war unglaublich weit weg, weil man da ja nur mit diesen Bummelzügen hinkam. Also das dauerte irgendwie zweieinhalb Stunden, bis man von Bremen nach Uelzen gefahren ist. Da war ich also 20 Monate, das war die Zeit, als das Zivildienstzeit, das ist 20 Monate lang war. Vorher war es weniger, später gab es Wiedervereinigung und Weltfrieden, da war es dann auch weniger. Ich bin mit 15, ich glaube Zivildienst habe ich mit 15 Monaten und dann wurde das in der Zeit verkürzt auf zwölf Monate, sodass ich dann gleich mein Studium beginnen konnte. Ich habe 20 Monate gemacht in Uelzen. Ansonsten bin ich eigentlich die meiste Zeit in Bremen gewesen. Ich habe viel gearbeitet in Hamburg und anderen Städten, aber war dann entweder Pendler oder wie es die Freiberufler so machen, größtenteils im Homeoffice aktiv. Du hast ja auch in Bremen studiert, ne? Ja, ja, ja. Und das heißt, das darf man sagen, du bist auch Doktor hier geworden in Bremen? Ja, die Bremer Universität war so freundlich, mir den Doktortitel für eine Arbeit über einen alten Stummfilm zu geben. Das war wirklich cool. Das heißt, das ist das Kabinett des Dr. Caligari. Ich habe das Standardwerk über das Kabinett des Dr. Caligari geschrieben. Ja, das war die Phase, wo ich mich also sehr für Filmgeschichte interessiert habe. Ich habe da ja auch sehr viel gearbeitet. Im Grunde bis jetzt, seit Jahrzehnten bin ich Filmhistoriker und dieses Caligari-Buch, das war also mein großes Herzensprojekt und jetzt, wo es fertig ist, dann, wie man heute sagt, der Claim to Fame, dass ich also über diesen wichtigen deutschen Film, den also wirklich jeder kennt, vom Namen her zumindest, der auch manchmal als der bedeutendste deutsche Film bezeichnet wird, dass ich über den tatsächlich was schreiben konnte, was in den hundert anderen Büchern, die es in hundert Jahren Filmgeschichte dazu gab, nicht drin stand. Das habe ich also sehr schnell erkannt, dass das möglich ist. An der Universität Bremen, da konnte man ins Mikrofilmarchiv gehen und alte Zeitungen lesen und dort so einiges rausfinden, was die Filmhistoriker übersehen hatten. Und da habe ich mich also brennend dafür interessiert, ungefähr Mitte der 90er Jahre, als ich in Bremen studiert habe. Und damals habe ich mich entschlossen, den Studienabschluss in diese Richtung zu drehen, dass ich jetzt hauptsächlich Filmgeschichte mache. Bist du denn heutzutage noch Ciniast oder ist das etwas, was du seit Perirodern gar nicht mehr so wahrnehmen kannst? Nee, ich mache immer noch gelegentlich Aufträge als Filmhistoriker und Filme interessieren mich natürlich, Comics interessieren mich. Ich habe damals, das muss in den 80er Jahren gewesen sein, fürs Kursbuch geschrieben, quasi meine ersten journalistischen Aufträge. Kennst du das noch, das Kursbuch? Das war so ein kleines Heft, sehr dick, 100 Seiten stark, Stadtmagazin für Bremen. Es gab ja noch den Bremer und später dann den Prinz, aber das waren so großformatige. Genau, Mix gibt es noch heutzutage. Ja, Mix, kostenloses, ja, Kleinanzeigen, die gab es im Kursbuch auch und das kam halt einmal im Monat raus und da lasen alle Bremer dann, wo sie ins Konzert gehen wollten oder welche Filme sie sehen wollten und da habe ich irgendwann einfach mal einen Text hingeschickt, das war eine Comic-Rezension und der wurde angenommen und gedruckt und ich habe Honorar dafür erhalten und so habe ich also regelmäßig Aufträge für das Kursbuch gemacht. Irgendwann kam ich da auch in die Redaktion rein und da sah der Chefredakteur was für ein schmaler Typ das ist, reinkommt, ich weiß gar nicht, war 17 oder so, hat ihn aber nicht davon abgehalten, mir weitere Aufträge zu geben und da habe ich geschrieben über Filme und über Comics und der Chefredakteur hat mir eines Tages die Aufgabe übertragen, über die Bremer Comic-Szene zu schreiben. Ich sollte einmal im Monat eine Seite schreiben über einen Comic-Zeichner aus Bremen und da ging ich damals natürlich in meinen damaligen Lieblings-Comic-Laden rein, das war die Pegasus-Buchhandlung im Viertel von Kai Stellmann, ich glaube das Comic-Café, das wurde ja 1984 eröffnet, das gab es damals noch nicht. Ich ging also bei Kai in den Laden und fragte den Typen, der hinterm Tresen stand, ob er Bremer Comic-Zeichner kennt und der Typ sagt natürlich, was sagt er natürlich? Ja, ich zeichne zum Beispiel Comics. Das bin ich, genau. Und dann habe ich über den, also diesen ersten Text gemacht und habe dann einmal im Monat was über Comics geschrieben, also Comics, Filme, das hat mich alles permanent interessiert und ich habe da dann sozusagen meine ersten beruflichen Erfahrungen mitgemacht, als ich darüber geschrieben habe. Dann habe ich gleich weitere Fragen dazu, was ist denn der letzte Kinofilm, den du im Kino gesehen hast und in welchem Kino war das? Oh, das, da muss ich mal drüber nachdenken. Dann kannst du ja die Frage mal kurz zurückstellen, was ist denn der letzte Comic, den du jetzt nicht von den eigenen Büchern gekauft hast und in welchem Comicladen hast du das gekauft, weißt du das? Ja, ich, das war da, wo wir uns getroffen haben, auf der Frankfurter Buchmesse wird das gewesen sein, da habe ich sicherlich einige Comics gekauft, was ist jetzt der letzte, den ich davon gelesen habe? Ich habe zum Beispiel das David Bowie Buch von Reinhard Kleist gelesen, der hat jetzt gerade den zweiten Band dazu rausgebracht, darauf bin ich schon ganz gespannt, das ist also so eine Comic-Biografie, die sind in letzter Zeit ja in Mode gekommen, dass man also das Leben eines Künstlers in Form eines Comics darstellte und die ist also wirklich ganz, ganz großartig geworden von Reinhardt, der sich da auch sehr reingekniet hat in die Recherchen und die Bilder recherchiert hat, was für Kostüme hat Bowie damals angehabt und so, wir sind beide große Bowie Fans und haben uns einmal einen Abend in Frankfurt, ich glaube zwei Stunden lang darüber unterhalten, Reinhard Kleist und ich arbeiten ja heute beide für den Carlsen Verlag und so lernt man sich kennen. Aber das verbindet ziemlich viel miteinander, Ziggy Stardust, die alternative Persönlichkeit von David Bowie, also auch sehr Science-Fiction nah, genau. Bowie hatte in den 70er Jahren und eigentlich sein ganzes Leben lang so eine richtige Science-Fiction-Leidenschaft, dann heißt sein alter Ego aus den 70ern auch noch Ziggy Stardust, ja der erste Peri-Rodan-Band heißt Unternehmen Stardust, weil das der Name seines Raumschiffs ist, mit dem er zum Mond fliegt, ja da zeigen sich viele Verbindungen und beim Carlsen Verlag mache ich natürlich wiederum den kleinen Peri, also den Kindercomic, da wären wir wieder am Anfang des Gesprächs. Ja, ist dir noch eingefallen, in welchem Kino du zuletzt warst hier in Bremen? Äh, ja darüber muss ich noch nachdenken, das ist jetzt eine Weile her, ähm ich weiß, dass ich Indiana Jones gesehen habe, aber in welchem Kino? Hm, hm, hm. Könnte einer der äh, Multiplex-Kinos gewesen sein, ich gehe zum Beispiel gerne ins Cinespace, da sind wir wieder im Weltraum, aber das ist einfach ein schönes, gut ausgestattetes Kino, äh, in dem oft nicht viel los ist, selbst an den Erstaufführungstagen, ja, da kannst du also gut mit dem Fahrrad kurz hinfahren, wenn's nicht regnet, dann ist es fürchterlich, äh, und auch am ersten, äh, Tag des Films da noch einen Sitzplatz finden, also sozusagen spontan in ein großes Kino fahren, also das, das könnte es gewesen sein, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob ich danach noch was gesehen hab. Ist ja aber auch ein bisschen Science-Fiction beim Indiana Jones mit drin, im Space Park, also jetzt heißt es Waterfront natürlich, der Space ist da leider so. Das Kino heißt noch Cinespace, wenn ich nicht irre jedenfalls. Nö, heißt noch so, genau, ja, gehört zu Cineplex irgendwie so, aber ja, es ist auf jeden Fall noch der Space Park gewesen, den ich damals auch ganz gut gefunden habe und leider nicht so sich entfalten konnte, wie es geplant war, aber das Kino ist wenigstens. Die Architektur ist noch da, das ist ja auch schon mal ganz schön, du fühlst dich wie ein Star Trek, wenn du da durchgehst, gerade im Kino. Ja, das hat diese, diese Raumschiff-artigen Gänge und so, also macht schon Spaß. Ich würde sagen, wir drehen das Mikrofon jetzt ein bisschen runter und reden noch weiter über Science Fiction, aber Olaf, ich möchte mich jetzt hier bei dir im Bremen Podcast verabschieden, das war ein ganz tolles Gespräch über dein Bremen und das, was du hier in Bremen so machst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung und wir reden noch weiter. Das war der Bremen Podcast für heute, schreibt uns in die Kommentare, also schreibt uns eine E-Mail an podcast.bremen.de, nochmal, Moment, habe ich mich versprochen, schreibt uns eine E-Mail an podcast.wfb-bremen.de und wir freuen uns über Feedback und wir sind raus für heute, ciao. Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen oder Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de slash Veranstaltungen. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 308 00 10 erreicht ihr sie. Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen? Schreibt uns via podcast at wfb-bremen.de Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.